Hallo und herzlich willkommen zu Approximation mit Fouillé-Reihen, der 10. Folge, quasi kleines Jubiläum. Wir haben uns letztes Mal angeguckt, das Konzept der Cesaro-Konvergenz. Also wir haben sozusagen immer bis zu einem gewissen Folgenbliet aufsummiert und dann gemittelt. Das wollen wir jetzt halt konkret machen für die Dirich-Lehkerne. Also die Idee ist jetzt halt Dirich-Lehkerne zu mitteln und auf diese Art und Weise dieses Problem auszumerzen, dass diese Dinger negative Werte annehmen. Und das klappt tatsächlich ganz gut und zwar mittels der folgenden Setzung. Das sind die für diesen Abschnitt auch mit namensgebenden Fouillé-Kerne. Das ist Definition 2.10. Da sollte technisch gesehen ein bisschen weiter unten sein, weil es ja nicht mehr Folge 9. Und zwar definieren wir jetzt einfach Fn von U als 1 durch N, also eine Mittelung. Dann kommen N Summanden, nämlich die Summe von J gleich 0 bis N minus 1. Und hier kommen jetzt einfach die Dirich-Lehkerne rein, der J von U und das Ganze für jede reelle Zahl U. Und das sind die sogenannten Fouillé-Kerne. Doch, richtungsrichtig. So. Jetzt müssen wir zwei Sachen machen. Erstens wollen wir einsehen, warum diese Fouillé-Kerne überhaupt was mit Fouillé-Reihen zu tun haben. Und dann wollen wir uns anschauen, warum jetzt konkret die Fouillé-Kerne, die Eigenschaften der Dirich-Lehkerne positiv verbessern. Und wir machen das in der Reihenfolge. Wir verheiraten zunächst wieder Fouillé-Kerne mit Fouillé-Reihen. Und schauen uns danach an, dass diese Fehler, in Anführungsstrichen, der Dirich-Lehkerne, durch diese Mittelung in den Fouillé-Kern ausgebügelt wird. Fangen wir also mal mit dem ersten an. Das ist Satz 2.11. So, und wir nehmen hier sicherheitshalber an, dass F eine L1-Funktion ist, auf Minus Pi bis Pi. Und dann definieren wir Sigma N von F im Punkt T als die Summe von J gleich 0 bis N minus 1. Und jetzt kommen da diese Mittelungen SJ von F, T rein. Das heißt, dieses SJ hier, das ist einfach das Gleiche wie vorher. Nämlich einfach die Summe von, was haben wir genannt, L, L gleich 0 bis J. Und jetzt stehen hier halt die Reihen, die da drin sind. Das sind jetzt aber halt nicht mehr quasi AL, sondern das sind einfach die Funktionen. Beziehungsweise sind einfach, haben wir vorher schon mal eingeführt, ne? Äh, Moment. Hier war das Problem, wenn ich das ganze Skript vor Augen habe. Rekunde. Ich glaube, den Begriff SJ hatten wir fest vergeben. Genau, das waren die endenpartiellen Fouillé-Sum. Ich schaue es also hier nochmal hin. Das ist von L gleich Minus J bis J. Dann kommt der Fouillé-Koeffizient. Und dann kommt E hoch IKT. So passt es wieder. Wo man sich jetzt die Frage stellen kann, geht das ineinander über? Ja, tut es. Weil, wenn wir das hier auflösen mit einem Sinus und Kosinus schreiben, gehen die auch die Grenzen ineinander über. So, das ist also das Setting. Wir haben irgendwie eine L1-Funktion. Wir haben so eine Summation der Fouillé, der endenpartiellen Fouillé-Summe. Und jetzt wollen wir halt irgendwie die Verbindung herstellen zwischen diesen endenpartiellen Fouillé-Summen, die ja dann hoffentlich für n gegen und endlich gegen die Fouillé-Reihe konvergieren, und den gerade eingeführten Fouillé-Kern. Und das gelingt uns so ähnlich, wie wir es im Satz 2,5 gemacht haben, als wir so eine Integraldarstellung für die Dirichlet-Kerne genommen haben. Denn es gilt nämlich dann, dass diese endenpartial, also diese summierte Partialsummen hier, Sigma n, dass das das Gleiche ist als 1 durch 2 Pi mal das Integral von minus Pi bis Pi. Und jetzt kommen hier die Fouillé-Kerne an der Stelle T minus S. Und dann wird einfach mit der Funktion F von S multipliziert. Ja, wir werden, ich glaube, in Kapitel 4 einsehen, dass das im Prinzip Faltungen sind, die hier stehen. Also es hat alles die gleiche Struktur. So, gucken wir nochmal eben kurz in Kapitel 2, Abschnitt 2,5 rein. In Satz 2,5. Genau, da haben wir nämlich so die gleiche Darstellung, nur da haben wir uns nur die eine Partialsumme angeguckt. Also die n-te-partielle Fouillé-Summe, die können wir darstellen als so ein Integral, wo wir den Dirichlet-Kern reinpacken. Und wenn wir die Partialsummen dann summieren, also zum Sigma n übergehen, dann können wir das d-Ende einfach durch den Fouillé-Kern ersetzen. Und im Prinzip ist auch das jetzt schon im Wesentlichen der Beweis. Weil wir müssen jetzt nur sauber die Definitionen ineinander überführen und halt gucken, dass wir uns unterwegs nirgendwo verirren. Also schauen wir mal, ob wir das schaffen. Also nach Definition dieser Fouillé-Kerne gilt ja gerade Fn von T-S, da müssen wir einfach nur jetzt in der Definition hier oben der Fouillé-Kerne das U durch T-S ersetzen. Das ist also nichts anderes als 1 durch n mal die Summe von j gleich 0 bis n-1 dj von T-S. Das ist einfach nur das eingesetzt hier oben in diese Definition. Da passiert also jetzt gerade nichts, was irgendwie zu grübeln führen sollte. Was wir jetzt machen, ist, wir verbinden das Ganze mit dem Satz 2,5. Das waren die unterschiedlichen Darstellungen für den Dirichlet-Kern. Und dann fangen wir einfach mal an auszurechnen. Sigma n von f, t ist ja erstmal nichts anderes als nach Definition da oben 1 durch n. Das fehlt hier oben im Satz. Wir wollen ja mitteln, 1 durch n mal das. Das könnte in der Tat auch im Skript fehlen. Je nachdem, wie wache ich da beim Techno. Genau, das ist erstmal nichts anderes als 1 durch n mal diese Summe. So, und diese Summe hier, die dürfen wir jetzt ja nach Satz 2,5 in das Integral verwandeln. Also haben wir hier stehen 1 durch n mal j gleich 0 bis n-1. Und jetzt kommt hier 1 durch 2pi mal Integral minus pi bis pi. Und da dürfen wir jetzt reinsetzen in den Dirichlet-Kern von t minus s mal f von s ds. Das ist ja genau die Stelle, an der sozusagen hier dieser Satz formelmäßig eingeht. Das wird zu d. Gut. Jetzt können wir hier ein bisschen umsortieren, weil das ist ja eine endliche Summe. Das heißt, wir dürfen Integral und Summanden vertauschen. Das heißt, wir können jetzt das Integral nach vorne ziehen. Und die 1 durch 2pi nehmen wir mit. Weil das ist ja auch die Gestalt, auf die wir hinaus wollen. Und jetzt ziehen wir das 1 durch n halt rein. Das dürfen wir ja machen, weil das ja unabhängig von dem j ist. Ja, das heißt, wir kriegen jetzt hier drinnen 1 durch n. Dann haben wir die Summe j gleich 0 bis n-1. Und dj von t-s. Und das Ganze mal f von s. So. Das hier ist aber ja gerade die Definition dieser Filler-Kerne, die übrigens eine Nummer hat. Werden wir mal gerade so auf. Das ist Nummer 2,7. Das heißt, nach 2,7, beziehungsweise nach dieser Vorbemerkung hier, nehmen wir die mal Sternchen, können wir jetzt einfach hier drinnen 1 durch n mal diese Summe ersetzen durch das fn. Ja, und dann sind wir fertig, weil dann steht hier genau das, was wir haben wollen. Fn von t-s, f von s, ds. Und damit ist diese Identität gezeigt. Das heißt, mit den Filler-Kernen können wir jetzt, oder erschlagen wir sozusagen auf die gleiche schöne Art und Weise, diese enden Partialsummen. Nur wir haben halt mehr. Wir haben direkt sozusagen die Summationen drin. Weil wenn wir jetzt einzelne Partialsummen da rausziehen wollen, können wir es immer wieder über die Dirichle-Kerne auflösen. So. Jetzt bleibt also noch zu zeigen, dass die Filler-Kerne diese Fehler der Dirichle-Kerne ausbügeln. Und das ist jetzt eine etwas umfangreichere Formulierung. Das ist nämlich der Inhalt von Satz 2,12. Wenn wir den dann haben, haben wir aber auch Kapitel 2 fertig. Und dann geht es wieder Richtung Fouillet rein. Und zwar fixieren wir einen n aus n. Und dann gelten folgende Aussagen. Und die sind jetzt strukturell ähnlich zu denen, die wir zu den Dirichle-Kernen getroffen haben. nur halt inhaltlich besser für unsere Zwecke geeignet. Also erstens. Diese Filler-Kerne bleiben 2Pi-periodisch. Also Fn ist 2Pi-periodisch. Das ist sofort einsichtig, weil wir die ja über die Dirichle-Kerne definieren. Das heißt, da ist im Prinzip nichts zu zeigen. Dann haben wir Darstellungen. Und zwar. Wir haben die Darstellung. Also in dem Fall sogar nur eine, weil die reicht. Weil dann kann man den Rest wieder über die Dirichle-Kerne auflösen haben möchte. Und zwar Fn von U ist das gleiche wie 1 durch n mal Sinus von N U halbe durch Sinus von U halbe. und das Ganze ins Quadrat. Und das Ganze gilt für U aus R. Wobei wir aufpassen müssen, weil wir natürlich hier irgendwann mal durch Null teilen. Wir müssen halt schon Fn von 2KPi als N festlegen. Das ist aber die gleiche die gleiche Geschichte wie bei den Dirichle-Kernen. Da haben wir ja auch in den Knickstellen, sag ich mal, einen Wert festgelegt. Haben dann aber gesehen, dass die Stetigkeit quasi in diese Stelle reingeht. Und das werden wir im Beweis halt ganz genau so machen. Nur mit ein bisschen mehr technischem Aufwand. Da müssen wir halt mal da müssen wir uns durchfriemeln. Insbesondere, das ist hier halt auch noch dazugehörig, haben wir das Fn in C2Pi ist. Also stetig. So, dann wieder ein Teil, der dann nicht mehr ganz so schwierig ist, wenn man zweitens hat. Nämlich, diese Fn sind gerade Funktion. Das sieht man hier sofort an den Sinusdarstellungen. Und ja, Fn ist größer gleich Null. Das heißt, es nimmt nur noch positive, beziehungsweise nicht negative Werte an. Auch das ist klar, weil hier haben wir was Positives und hier steht ein Quadrat. Und wir sind in den reellen Zahlen. Gut. Und jetzt kommen noch so zwei nette Eigenschaften. Eine davon ist so vergleichbar zu den Dirichleckern, weil wir werden sehen, dass das Integral sich nicht geändert hat. Und dann werden wir aber sehen, dass die Dinger im Grenzwert sich netter verhalten als die Dirichleckern. Und zwar haben wir folgendes. Also erstmal gilt, dass 1 durch 2 Pi mal das Integral von Minus Pi bis Pi über diese Foyer-Kerne Fn von U, D, U immer noch eins ist. Und dann haben wir, das ist jetzt vielleicht eine etwas komischere Aussage, wir haben den Limes N gegen unendlich. Und jetzt kommt ein Supremum. Und zwar kommt ein Supremum zwischen einem Eta, dem Betrag von U und Pi. Lösen wir gleich mal mit einer Skizze auf. Weil zum Beweis kommen wir jetzt eh nicht mehr. Das heißt, wir können uns auch ruhig hier nochmal einen Moment damit beschäftigen. Und dieser Limes über dieses Supremum, der ist 0. Ja, das Ding geht gleichmäßig gegen 0, wenn man so möchte. So, jetzt haben wir noch ein paar Nummern zu vergeben. Möchte ich eben noch gemacht haben. Die Darstellung hier oben kriegt Nummer 2.9. Die Integraldarstellung hier unten, die hat Nummer 2.10. Man merkt auch, das Skript ist älter. Ich vergebe einfach eigentlich heute nicht mehr so viele Nummern. Aber let's stick with it because da kommen sonst noch Referenzen, die ich nicht mehr aufgelöst kriege. 2.11. Aber ich bin sowieso gerade dabei, aber das ist jetzt auch kein YouTube-Projekt in erster Linie, den FA-Kurs nochmal neu aufzubauen, weil mir da einige Sachen nicht mehr gefallen. Und im Rahmen dessen wird diese Approximationsreihe eh nochmal in ein größeres Skript aufgehen. Und dementsprechend müssen wir mal gucken, wie das dann aussieht. So, gucken wir uns mal kurz dieses Supremum an. Also wir haben Funktionen Fn, die sind definiert. von Minus Pi bis Pi. Wir gucken uns auch noch die Graphen an, aber da muss ich eventuell erstmal gucken, ob ich das Applet noch habe. So, wir haben also diesen Bereich hier. So, das heißt, der Betrag von U ist ja sowieso schon mal irgendwo zwischen 0 und Pi jetzt an der Stelle. und jetzt nehmen wir uns mal irgendein Eta raus. So, dann ist ja dieses Supremum, was hier eingefangen wird, ist ja dann sozusagen auf das Intervall von Eta bis Pi beschränkt. Grenzen inkludiert. Also, wir betrachten diesen Teil hier. So. Jetzt haben wir hier irgendeine Funktion Fn drauf, die kann irgendwie aussehen. Und was hier jetzt steht, ist, da müsste eigentlich noch mal eine Quantifizierung des Ethers hin, steht auch hier. für alle Eta größer 0. Streng genommen, müsste man eigentlich sagen, Eta zwischen 0 und Pi, weil sonst kann das Eta größer werden, das tut dem Supremum mal keinen Abruf, weil dann supprimieren wir eine leere Menge. Das ist inhärent 0. Aber ich schreibe es mir hier nochmal sicherheitshalber auf, weil wir wollen ja im Zweifel immer ein bisschen besser werden. Deswegen machen wir es hier mal sicherheitshalber. So, und was steht jetzt hier? Wenn ich mir dieses Fn angucke, auf diesem Intervall geht der Grenzwert davon gegen 0. Das heißt, ich kann hier nicht gegen unendlich kacheln, wie was bei den Dirichle-Kernen passiert. Das heißt, ich habe hier irgendwie eine Funktion, die hat nicht viele Möglichkeiten, sich zu bewegen. Die kann halt hier tun, was sie möchte. aber im Supremum geht sie gegen 0. Wir müssen deshalb im Supremum nehmen, weil die könnte ja auch so aussehen. Dann wäre das hier quasi das Supremum, aber gar nicht mehr im Definitionsbereich. Auf jeden Fall ist die dann irgendwann beschränkt. Die wird nach unten gedrückt. Die geht gleichmäßig gegen diese 0-Kurve im Supremum, nicht die Funktion selber. Und das ist halt der entscheidende Unterschied, der halt gerade die Feuillet-Kerne von den Dirichle-Kernen unterscheidet. Weil dadurch retten wir quasi, dadurch kitten wir halt diese komischen Eigenschaften, die die Dirichle-Kerne mitgebracht haben. Und wie gesagt, wenn wir uns die Dinger nochmal im Graphen angucken dann in der nächsten Folge sehen wir das auch tatsächlich direkt. Aber das ist dann das, womit wir quasi in der nächsten Folge anfangen. Gut, dann bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Wir werden uns beim nächsten Mal noch mit dem Beweis beschäftigen. Da werden wir wahrscheinlich in der einen Folge nicht durchkommen, wenn ich mir gerade mal so die Textmenge angucke. Und danach geht es dann wieder ein bisschen weiter mit mehr Fokus auf die Oye-Reihen wieder und dann auf die Konvergenz. Wir werden uns dann nämlich mit gleichmäßiger Konvergenz beschäftigen. Genau. Dann bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, da hat ein wenig Spaß. Bleibt gesund. Macht's gut und tschüss.